Heiho, ein neuer Part von meinem Warcraft IELTS Play und es geht wieder los. Okay, dann gehen wir mal los. Ah, da gibt es schon die ersten Gegner hier. Kein Problem. Gehen wir mal schnell kaputt. So, keine große Sache. Da boxen wir uns aber schnell durch. Ja, da ist ein Tower. So, schnell die Einheiten mit nach hinten nehmen. Das gehört da nicht mehr an, okay. Ach, das ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen am Schaden fressen. Na ja. Für meinen Vater den König. Ich werde den hier umbringen. Oh, dann den Turm. Ich brauche den Turm, was ist mit dem los? Ach, hat wahrscheinlich irgendeinen Fluch abgekriegt. Aha, das ist pranzibiert. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Für einen Menschen seid ihr ganz schön für das Licht. Was? Ja, jetzt sollen wir den Mana-Tank nehmen und dann geht es schon weiter. Okay. Ein solider Plan. Ja. Natürlich. Ein solider Schluch sei Uta, dass er mich dazu zwingt. Aha, Uta? Wer ist denn Uta jetzt schon wieder? Ach, egal. Irgendwie ist die Akunus-Ding. Ich muss jetzt gerade wirklich in den Schwarz reingehen, als ich da erst gesehen habe. Oh Mann, was ist denn? Hier? Hier? Ach, genau. Avatar? Oh, 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 oh. Ich will heilen. Und der macht mir kurz das Schild an. Und das Wasser? Ja. Okay, gut. Also das weiter. Zack. Okay, mit den Eindingern ist es eigentlich ganz leicht, die Dinger zu zerstören. Dann mache ich das jetzt so. Die beiden auf eins, zwei, da auf eins, zwei. Ja. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja. Okay. So. Was tun wir dann hier? Ring der Regeneration. Ballert Regeneration. Dann holen wir den für den. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Aber den kann ich heilen. Ich stehe für das Licht. Okay. Mal sehen, wie es jetzt gleich weitergeht. Sieht so aus, wie es da unten gleich weitergehen. So. Da geht es aber nicht, oder? Kann ich vielleicht mit denen? Ja, das geht genau. Keine Ahnung, was das... Sehr gut. Aber es sind immer noch Schiffe übrig. Hä? Wo denn? Wo denn? Hä? Na, ich gehe einfach mal weiter runter. Nächstes Mal hole ich den zuerst, aber ist auch egal. Wie viele Regeneration werden? Zweiter von Punkte. Ach, das geht doch eigentlich. Schlecht, nicht schlecht. Schlecht, nicht schlecht. Ein Heiltrank. Ich gehe jetzt auch für den, aber... Na, verdammt. Mal erhöhen die Intelligenz. Die Kraft. Haben wir denn jetzt eigentlich immer den Muradin? Ja, dann nehme ich erstmal mit dem. Besteht etwa Gefahr? Zeigt uns ein Ziel. Ihr habt richtig entschieden. Für einen Menschen seid ihr ganz schön langsam. Ach, ich nehme die wieder auf eine. Dann kann ich nämlich schneller zählen und her wechseln, so. Mein Vater, der König. Zeigt uns ein Ziel. Okay, das ist praktischer. Ja. Hallo. Das Licht ist meine Stärke. Heilin. Oh, war das knapp. Blöde König, ey. Nein. Komm schon. Nein. Was für Bastarde. Oh, shit, 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 shit. Heil mal bitte. Was für ein unnötiger Tod. Ach, ich tue sie doch wieder alle auf einen Knopf, weil irgendwie ist es halt dann doch doof sonst. Guck mal das D hier und nimm du die Clown. Oh, 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 oh. Oh, das war knapp, das war knapp. Ich stehe für das Licht. Ah. Jetzt so. Das Licht ist meine Stärke. Und noch mal eine. Sonst gibt es aber nichts, oder? Taunt ins Schiff. Dieser Kampf ist vorbei. So. Großer Mana tragen. Nehmen wir mal auf. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Hm. Für die Ehre. Dann geh ich mal zum Zeltnerlager. Witzig. Kann ich solche Leute anheuern. Vielleicht das Ding einfach ummähen. Ne, schade. Das ist einfach zu witzig. Vielleicht das ganze Ding einfach mal ummähen. Na gut. Jetzt muss ich überlegen, wie teile ich die Ringe am besten auf. Erhöht die Treffer. Regeneration. Okay, das braucht auf jeden Fall der. Angriffsschaden eines Helden. Kraft, Intelligenz. Das machen wir auch mal die. Kraft. Ähm, das ist Kraft. Kraft primäres Attribut. Und bei dem ist auch Kraft primär. Also, kann man sich letztlich direkt entscheiden. Äh, Kale Schaden von 6 hinzu. Ähm. Dann gebe ich die Frostkugel mal. Äh, oder? Dann tue ich erstmal das hier dem geben und die Feuerkugel. Geben wir. Das Licht ist meine Sterne. Und dann gibt man eben auch die. Dann geben wir mir halt die Oberkraft. Der wird jetzt zum Heiler degradiert. Ich stehe für dich. Ich mein, viel mehr kann er auch nicht. Oh, Verstehung. Ach, das hätte ich vielleicht auf die einen machen können. Naja, ist wahrscheinlich auch schon zu spät. What so ever. Dann gehen wir mal hier rüber. Natürlich. Ah, verbleibende Zeit. Verstehe. Alles klar. Jetzt wird gerichtet. Aber ich klaff hier trotzdem mal um. Aha. Äh, äh. Warum geht denn hier dahinter? Naja, wird es ziemlich wenigstens, wenn der ein bisschen weniger Leben klickt, wird das gekriegt mit der Zeit. Der ist jetzt Level ab. Dann holen wir uns da mal das hier. Bei dem holen wir uns. Okay, dann das da. Ist nämlich passiv. Da ich da eben ein bisschen inaktiv bin mit solchen Sachen ausführen. Das ist passiv eigentlich am liebsten. Was? Malerstein? Natürlich. Was sagst du denn? Ja, wenn wir tragen. Ah. Also. Machst du hier was abdreht, mein Lieber? Du kriegst dafür den Malerstein. Gott. So. Hier ist kein Schiff, soweit ich sehe. Ach genau, die werden da angezeigt auf der Karte. Verstehe, verstehe. Nimm dich aber trotzdem mal an das Innere hier. Ach, da ist das sowieso im Wald. Von daher würden wir da eh nicht durchkommen. Aber trotzdem mal hier durchs Landesinnere gehen. Ein Goblinlager an Randallierer Goblin anheuern. Wir schaffen das auch ohne Goblins anzuheuern, nicht wahr? Ach man, natürlich muss ich die jetzt kaufen. Hallo. So. Yo. Dann holen wir jetzt mal so einen Randallierer. Ah, dann machen wir hier hin. Ja, das soll ich auch hoffen. Mal gucken. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Natürlich. Ah, die können es sogar. Sehr gut. Jetzt muss ich mal gucken. Da ist doch bestimmt irgendwas. Mal so durch können. Ha. Interessant. Hier mal so schon. Hier. Aha. Hier ist irgendwas. Na egal. Ich mach einfach die Kampage. Wo ist das so? Kampage so wie es wahrscheinlich eigentlich wie jetzt. Ich muss da mehr sein holen. Oh. Mann. Ich glaub die halten wenigstens auch. Ich glaub das sind das solche komischen Kamikaze Dinger. Na gut. Hallo. Eine Verbeugung ist nicht möglich. Für meine Kumpels. Hört sich gut an. Also er will sich für seine Kumpels hochspringen. Ich weiß auch nicht inwiefern das Sinn ergibt. Ich mein er kann seine Kumpels ja nie wieder sehen wenn er sich selbst hochspringt. Und. Oh Gott ist das sinnlos. Tschüss ihr beiden. Geht doch. So. Also für meine Kumpels den Spruch den verstehe ich irgendwie nicht. Irgendwie. Ich weiß schon was ich mache. Hier jetzt einfach durch dieses Loch und scheiß drauf was die für Bullshit labern. So. Einmal durchs Loch bitte. Für die Ehre. Dann haust du das Ding her. Die anderen zwei schauen natürlich ein Schild zu. Gut. So das ist klar schon letztlich. Oh. Die Zeit. Ich muss an die Zeit denken. Für die Ehre. So. Das hab ich nicht. Na gut. 14 Minuten ist heute eigentlich halt. Oh. Das ist jetzt schlecht. Das ist richtig schlecht. Ich muss die halt alle mit einem Sturmschlag umhauen. Das machen die kaum Schaden. Oh oh oh. Die machen aber böse Schaden bei meinem. Zack. Und der darf wieder mal einen Sturmschlag machen. Auf den dicken hier. Oh ja. Das macht ja so gut wie gar keinen Schaden. Boah. Ha. Ich muss mal sagen der geht hier schon mal weiter. Die beide gehen weiter. Das einzige was wir brauchen ist hier den Muradin. Oh nein falsch. Sturmschlag. Das ist schon besser. Das ist schon besser. Das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. Okay. Moradi bleibt doch mal stehen Jungen. Das ist schon besser. Warum hat der Mana Stein. Moradi sollst du den Mana Stein eigentlich an Arthas geben. Ich stehe für das Licht. Oh der ist irgendwie voll schon wieder. Wenn ihr mal stehen bleiben würdet echt. Und dann schluckst du jetzt mal den Drang hier. Wo wir die sonst nicht besiegen können. Oh. Ach ich laufe jetzt einfach weg. Ist mir jetzt doch egal. Hä. Was zu. Äh. Und jetzt. Hä. Was. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Äh. Okay. Ich weiß nicht was da so passiert ist. Ich gehe einfach mal weiter. Ah cool. Hier könnte ich jetzt vielleicht die Sachen verkaufen. Die ich nicht brauche. Ah. Äh. Für die Ehre. Ah. Genau. So. Und dann aus dem anderen dran. Sieh was gibt es hier. Müll. Müll. Hm. Ah das Müll. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Dann. Dann. Ich stehe für das Licht. Ja. Keine Ahnung. Ich gehe einfach weiter. Ach du Kacke. Ja. Ein solider Plan. Äh ja. Ja. Für die Ehre. Ja. Ja. Gegen die kann ich jetzt auch voll was machen gell. Ja. Nein. Ich auf meinen. Nein. Fuck. Das war mein letzter Goblin Mensch. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Gut gemacht. Hey cool. Der wanderte die Dinger mit dem. Hammer. Für die Ehre. Natürlich. Natürlich. Und dann ist ja kein Problem. Ich meine Muradin und der andere ist mir hier am liebsten. Muradin. Was wollt ihr schon machen? Ui. Haut das dir mit viel Mana weg. Na gut. 75. Geht eigentlich so. Haut mal ein bisschen rein hier. Na gut. Für was bezahlt ihr euch? Ah. Mann was will. Ich kill einfach mal die. Tollen Typen da. Meint die. Die schauen mir hier am meisten auszumachen. Also wieder Flammen. Ja. Die Wille. Beleben die nämlich alle. Oh man. Warte mal. Muradin kann doch da so. Haha. Wusste ich es doch. Muradin hat ja auch Skills. Ja. Ist ja nicht ganz nutzlos. So. So schnell hier her. Und dann haue ich mal die Dinger hier kaputt. Friedhöfe. Ich stehe für das Licht. Irgendwie dauert das. Wird schon lang. Äh. Oh. Schon wieder vergessen ihn wieder zu beleben. Naja. Schade. Naja. Okay. Mal kaputt der blöde Friedhof. Neun Minuten. Das reicht fürs letzte Schiff. Ich werde einfach einfach durchrennen und dem Schiff mit dem Hammer ins Gesicht schleudern. Aber irgendwie. Hab ich irgendwie Lust diese Friedhöfe hier um zu. Knocken. Und dann macht einfach mal weiter. Mit den Friedhöfen. Aber so im halben Jahrhundert sind die auch mal fertig mit den Friedhöfen kaputt machen. So. Und dann geht es weiter. Oh ne. Schon wieder so wieder blöde ey. Schneid ihr vor sie noch wieder. Ich kann aber euch nur scheiße machen. Geh jetzt sterben. Und dann stellen wir die Skelettons. Schneider Donnerschlag. Und den Friedhof. Mhm. Acht Minuten noch. Ich würde sagen wenn so eine Minute bleibt. Was ich glaube jetzt nicht. Ich glaube das es so lange dauert. Dann gehe ich einfach da hin und haue dem Ding einen Hammer rein. So. Boom. Ein solider Plan. Weiter geht's. Ein solider Plan. Oh. Da kommt ja jetzt ein kleiner Army auf uns zu. Na das machen wir wieder wett. Boom. Und warte erstmal auf die hier die wieder leben ist sonst wieder. Amgegen meiner zwei Ultralden haben die alle keine Chance. Elender Kerl. Geht doch. Okay. Gucken. Jetzt gibt es keine Haltung mehr. Hm. Habe ich mal Gottes Schild an. Oder verliert aber ganz schön schnell Leben. Gucken. Naja. Oh. Schön Moradin. So wie ich das sehen. Oh. Den Hammer auf nächste Stufe. Hau mal rein hier. Bam. Ich stehe für das Licht. Okay. Jetzt wird gerichtet. Okay. Moradin nochmal schnell heilen. Ja. Gucken. Tschung. Und weiter geht's. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Das sieht aber so aus. Das ist ja der volle Stufe. Das ist ja vielleicht auch. Ja. Volle Stufe ist aber scheiße. Tschüss. Boom. Ich stehe für das Licht. Ramadabaram. Okay. So wie geht es denn weiter. Cutscene. Aha. Nicht aufbauen. Bitte nicht aufbauen. 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 Verdammte Bestien. Hörtet ihr alle. Ja. Was zum Geier. Achso. Das sind nur Trolle. Leute. Das sind nur Trolle. Was waren denn unten? Das waren nur Trolle. Naja. Neue bauen. Hört alle zu. Für uns gibt es keinen Weg nach Hause. Oh Gott. Wie schlimm. In diesem Land leben oder sterben wir gemeinsam. Geht jetzt zum Stützpunkt zurück und bemannt die Posten. Alles klar. Warte mal. Irgendwas kommt mir so vor, als wäre das noch nicht. Doch. Dieser Part ist zu Ende. Alles klar. Ah. Okay. So. Bis zum nächsten Mal. Sia. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.